Mir ist schon bewusst, die Nintendo Switch ist mehr als nur ein Handheld, einmal ins der Konsole beiliegende Dock gepappt und schon daddelt man fröhlich auf dem Fernseher vor sich hin. Unbestreitbar ist aber auch, die Switch ist vor allem deswegen erfolgreich, weil Nintendo da die gesammelte Erfahrung und Marktführerübermacht aus dem reingesteckt hat, was Gameboy, Nintendo DS und Nintendo 3DS da im Laufe der Jahrzehnte etabliert haben. Beim Heimkonsolengeschäft gab es Höhen und Tiefen. Bei mobilen Spielen verkauft sich sogar das Lowlight der Nintendo 3DS noch an die 80 Millionen Mal. Dass auch Nintendo das bewusst ist, zeigt schon die Existenz der nur Mobilbetreiber Nintendo Switch Lite. Und anstatt der von vielen erwartenden Switch Pro kommt nun die Switch OLED, die erneut das Spiel unterwegs in den Mittelpunkt stellt. Nun aber steigt der wohl stärkste Konkurrent um die Marktführerschaft seit der PSP in den Ring. Steam Deck. Entwickelt von Valve und die Anzeige kann sich sehen lassen. Die gesamte Steam-Bibliothek unterwegs spielen, wenn man sich separat ein Dock kauft, auch auf jedem beliebigen Bildschirm. Da wirken sogar die zigtausend Spiele im E-Shop der Nintendo Switch auf einmal im Vergleich mickrig. Muss sich Nintendo also fürchten? Ich denke nicht. Vorerst. In der Zukunft sehe ich aber durchaus große Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen. Was Warfter ab Dezember für einen vergleichsweise kleinen Preis abliefert, kann sich nämlich schon echt sehen lassen. Los geht's ja schon bei knapp 420 Euro für die günstigste Version der Steam Deck. Technisch stärker als eine PS4 ist sie auch noch, zudem so viel mehr als nur eine Spielekonsole. Wer will, haut sich eigene Betriebssysteme drauf. Sogar andere Launcher wie der Epic Games Store sind möglich. Diverse Anschlüsse erlauben so gut wie jede Peripherie, Bluetooth wurde auch noch reingepackt. Da fehlt ja nur noch ein Toaster. Das liegt daran, dass die Steam Deck nicht, wie man so schön dahinfloskelt, fast schon ein PC ist. Sie ist tatsächlich einer. Zwar dem bisherigen Anschein nach nur in Sachen Speicherplatz erweiterbar, aber ansonsten ein Mini-PC zum Mitnehmen. Das ist gleichzeitig die Chance für das Gerät Fuß zu fassen und der Grund, warum Nintendo denke ich vorerst nur ein bisschen schwitzen muss. Ja, auch die Switch ist nicht gefeit vor Updates, technischen Problemchen und mehr. Sie ist jedoch die Konsole der aktuellen Konsolengeneration, die dem Anspruch Plug and Play noch am nächsten kommt. Kein Browser, keine Gimmicks, kaum Apps. Hier geht's um Spielen und um wenig anderes. Ich denke, das ist mit einer der Gründe, warum die PlayStation wieder damals dermaßen gegen den 3DS abstank. Sie wollte mehr sein als ein Spielegerät, bot allerlei Multimedia-Funktionen. Anders noch als die Playstation Portable, die neben den unsinnigen UHD-Filmchen auch sehr pur auf Gaming ausgelegt war. Und ganz offensichtlich war mobiles Spielen auf fast Konsolen-Niveau damals für die meisten Käufer noch kein relevanter Faktor. Der 3DS mit seinen meist eingeschränkteren Erlebnissen hatte hier stets die Nase vorn. Erst mit der Switch sind solche Spiele für die Hosentasche zum Standard geworden. Und nach wie vor sind viele Leute baff, wenn sie etwa ein Doom Eternal auf einmal auf dem kleinen Gerät sehen. Der Zeitpunkt nun mit einem deutlich potenteren Gerät in den Markt einzusteigen und dieses Versprechen über zu erfüllen, ist also mehr als logisch. Aber wie erwähnt ist Steam Deck halt weit mehr als nur der zweite Versuch einer PS Vita. Und ich denke, dass der Simplizitätsfaktor für viele Spieler mobiler Geräte nach wie vor ein wichtiger Faktor ist. Warum kommt die Switch unter anderem so gut an? Weil man nicht viel nachdenken muss, wenn man sich ein Spiel kauft, Modul eingelegt oder Spiel runtergeladen und los geht's. Mit Steam Deck hingegen bringt Valve all das, was man als Konsolen und noch mehr als Handheld-Spieler vermeiden will, in einen Mikrokosmos, der für sie neu ist. Ja, die ganze Steam Bibliothek soll problemlos laufen. Allerdings, schon jetzt gibt es erste Berichte, dass etwa der Kopierschutz bei manchen Titeln Probleme machen könnte. Außerdem ist eine stärkere PS4 halt doch schon noch weit weg von dem, was moderne PCs und auch die Current-Gen-Konsolen leisten können. Klar, das ist der Vorteil bei einem tragbaren PC. Dann wird die Leistung halt runtergerechnet, man spielt halt auf niedrigen oder mittleren Einstellungen. Und dank des kleineren Bildschirms sollte das trotzdem noch gut aussehen. Plug-and-Play ist das aber nicht und jeder PC-Spieler weiß, dass auch bei bester Hardware irgendeine Komponente einem auf einmal einen Strich durch die Rechnung machen kann. Bei der Steam Deck werden die Spiele nämlich nicht extra optimiert. Sie sollen, so die Ansage, einfach nur auf dem mobilen Gerät laufen. Bis dies das erste Mal nicht so sein wird, ist das nicht einmal eine Frage der Zeit. Entsprechende Berichte werden sich ab Tag 1 häufen. Bei der Switch hingegen und Konsolen generell ist das eben nicht so. Da wird jedes Spiel für die Hardware optimiert. Ja, ich weiß Cyberpunk 2077, aber bitte machen wir doch aus einer Ausnahme keinen Regelfall. Zumal das Spiel ja doch läuft, nur halt nicht besonders gut. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob Valve hier nicht mit falschen Erwartungen an eine Zielgruppe herangeht, die eventuell mit dem beeindruckenden Feature-Umfang der Steam Deck gar nichts anzufangen weiß. Dass auch Valve sich verschätzen kann, hat man ja mit den gefloppten Steam Machines eindrucksvoll bewiesen. Und sind PC-Spieler jetzt wirklich so scharf auf ein Gerät zu mitnehmen, dass sie da in Massen anbeißen? Braucht es all die PC-Funktionen? Ist dann nicht ein potenter Laptop die bessere Wahl? Klar, der Preis ist eine Ansage. Aber das Nonplus-Ultra-Gerät für alles, was anfällt, scheint mir die Steam Deck jetzt auch nicht zu werden. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie kein Erfolg werden kann und die Fragen, die ich stelle, sind nicht rhetorisch gemeint. Ich kann das einfach wirklich noch nicht abschätzen. Aber ich denke, dass Nintendo Switch und Steam Deck nicht im direkten Konkurrenzkampf stehen werden. Und zwar, da ich nicht sehe, dass hier dieselbe Zielgruppe Interesse zeigt. Alleine deswegen schon, weil ich die Zielgruppe des Warfgeräts eben noch nicht zuordnen kann. Jedoch das heißt eben nicht, dass Nintendo auf der faulen Haut liegen kann. An der Switch hat man gesehen, dass etwas, was vorher nicht Standard war, schnell solcher werden kann. Heimkonsolen-Erlebnisse für unterwegs sind jetzt nichts Besonderes mehr. Und vielleicht kommen Mobilspieler ja auch auf den Geschmack der mit mehr Aufwand verbundenen Freiheit, welche die Steam Deck bieten wird. Nintendo muss also aufmerksam beobachten, schauen wie sich der Markt entwickelt und mit dem Gerät, welches irgendwann die Switch ablösen wird, entsprechend reagieren. Anders als bei der Wii U, wo die Zielgruppe nach dem Erfolg der Wii vollkommen falsch eingeschätzt wurde, hat man dann nämlich kein florierendes Handheld-Geschäft mehr, welches einem im schlimmsten Fall aus der Patsche helfen kann.